Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich bin Dr. Matthias Rudolf, der ärztliche Direktor der Mittelrheinklinik in Boppard-Bad-Salzig. Ich melde mich hier aus unserem wunderschönen Kurpark und möchte Ihnen etwas erzählen zu dem Brandgeschehen in der Nacht von Sonntag auf Montag bzw. zu den Folgen. Die wichtigste Botschaft ist, es ist niemand zu Schaden gekommen, es ist kein Mensch verletzt worden und wir konnten bereits am Montag anfangen, schon wieder mit den ersten Therapieveranstaltungen, obwohl wir räumlich sehr eingeschränkt sind, weil aus Sicherheitsgründen unser Hauptgebäude, das gar nicht vom Brand betroffen war, auch noch gesperrt ist. Aber nach mehreren Jahren der Bauphase und nach mehreren Jahren Klinikbetrieb unter Corona-Bedingungen sind meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach Weltmeister im Improvisieren, sodass wir es tatsächlich innerhalb kürzester Zeit geschafft haben, den regulären Klinikbetrieb wieder aufzunehmen und aufrecht zu halten. Wir können unseren Rehabilitanten alle Therapieangebote anbieten, also es muss nichts ausfallen. Wir hatten Angeboten, dass einige auch sich beurlauben lassen können, also die Reha etwas unterbrechen. Die können am Freitag alle auch wiederkommen. Wir haben Räume für sie, wir haben die Therapieangebote für sie, also sodass tatsächlich der Klinikbetrieb trotz dieses Brandgeschehens im Großen und Ganzen ganz regulär weiterläuft. Zum Schluss möchte ich mich ganz herzlich bedanken für alle, die uns in dieser Nacht des Brandgeschehens geholfen haben. Einmal natürlich ein großes Lob und Dank an mein Team. Was ich ganz toll fand über die Social Media Kanäle, hat sich das natürlich wie ein Lauffeuer verbreitet. Es sind ganz viele gekommen und haben uns unterstützt, teilweise mit ihren Angehörigen, damit wir hier nicht alleine waren, nur mit der Nachtdienstbesetzung. Das war super. Und zum Schluss natürlich ein ganz herzliches Dankeschön an alle Rettungskräfte von der Freiwilligen Feuerwehr, vom Roten Kreuz und allen anderen, die uns auch geholfen haben. Vielleicht noch ein kleiner Ausblick. Wir werden voraussichtlich ab Mitte Oktober schon in der Lage sein, wieder neue Rehabilitantinnen und Rehabilitanten aufzunehmen, weil wir dann sie hier auch wieder ganz toll betreuen können. Vielen Dank.